Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Runde Evolve mit den Fantastischen Fünf und zwar mit dabei ist der Brammen. Hallöchen und mit dabei ist auch Dalukat. Guten Tag und der Mr. Morgame. Hallo und der Minyas. Ja der war schon dran, aber den Drachenwurst nehmen wir noch mit rein. Ich hab dich immer gleich ignoriert am Anfang. Das ist bei mir ist die TS-Reihenfolge anders, deswegen war ich irritiert und ich höre euch nicht immer zu. Das ist das Problem. Das ist nicht so schlimm. Ich stehe bei Evolve und ich spiele einen alten Mann. Hallo. Und Bram sagt mal kurz was dazu zu diesem Event, oder? Genau. Ihr werdet in den nächsten Tagen fünf Videos sehen und zwar von auf jedem dieser Kanäle, von den Leuten die mit dabei sind, eins und zwar aus jeder Perspektive auch. Also sowohl den Medic, den Supporter, den Trapper, den Assault und natürlich das Monster. Und da könnt ihr euch dann durchklicken, je nachdem welche Perspektive ihr gerne sehen wollen würdet. Meine. Und das ist es. Bei Mr. Morgame, der steht auch darauf, immer schon die Kommentare schreiben, dass der krasser Maggi stinkt. Ja, Maggi. Ich hab heute Bacon mit Eier gegessen, das war geil. Okay. War lecker? Ja, war richtig lecker. Ich hab da immer Bock drauf. Ja, keine Ahnung. Bacon mit Eiern ist aber echt cool, da muss ich leider zustimmen. Ich stimme mir halt dich gerne zu, aber... Also setzt die Runde das aus, machst du ja auch, oder? Ja, also ich bin jetzt raus, ich muss kurz Bacon mit Eiern machen. Ja. Wir versuchen nochmal neu mit der Begrüßung. Robin ist immer gemein zu mir. Das stimmt gar nicht, ich liebe dich. Ich dich auch, aber das zeig dir doch. Ich hab dich in Berlin auch geliebt. Ah, das klingt schwierig. Können wir das später? Wir waren auf dem Netzwerktreffen und ich habe dir meine Liebe gezeigt. Sie war lang und... Nein, ist okay. Hart. Lang, hart, fleischig und rosa Farben. Das war die schönste Wurst, die ich je gesehen habe. Ja, wir waren mal im Italien und haben Salami gegessen. Richtig? Ah, ja. Was sagtet ihr denn, hä? Und zwar hier an einer Seite gleichzeitig. Ich dachte, ihr habt einen gegessen. Oh, 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 ich hab... Oh, oh. Also ich hab ein Ladebildschirm. Ja, ich hab auch gerade einen. Jäger-Tipp. Wenn ihr euch aufteilt, findet ihr das Monster. Schneller. Bei mir kommt so ein Tutorial, wo der so zeigt, wie geil ich bin. Ach, das ich hab mir so einen langen Ladebein. Ach so, okay. Jetzt ist Morgan wieder schuld. Ja, wir können das so überbrücken. Kann ich das überspringen? Kann ich das überspringen? Nein. Das kannst du nicht überspringen, leider. Aber ich würde sagen, wir reden weiter über Essen. Essen. Essen ist immer ein gutes Thema. Essen ist cool. Wir jagen jetzt ein bisschen Essen. Ich war noch nie in Essen. Also ich war noch nie in Essen. Meine Cousine hat sich in Essen verlobt. Oh, interessant. Das war das einzige Mal, wo ich in Essen war. Wie ist es denn so in Essen? Boah, ich hab's geschafft. So, jetzt geht los. Ja, ist genug geflankt. Shit of Shits, Hand of Shits, Hand of Shits. Da ist Maggy. Genug Vorspiegel, jetzt kommt der Real Shit. Ja, Maggy. Also, falls ihr gerne bei Mr. Moor guckt, ja, schön, dass ihr da seid. Maggy unten in die Kommentare. Markus ist der Wanker, stand da übrigens auf dem Schild. Ja, ich mein Kampfgang. Ich bin ein Opa, Mann. So, ich spiele den Medic, by the way? OPA! So, easy going jetzt. Ich guck nach rechts. Ich guck nach links. Okay, ich guck auch nach rechts, ich seh euch. Aber man sieht gar nicht, dass die Händen sich drehen. Sehr gut, Mr. Moor. Ich guck da lang. Na, gucken wir mal, ob wir es finden, wie schnell Gebiet wird verlassen. Das ist ja leider verdattend. Ist schon wieder in die falsche Richtung geflogen. So. Was sagt der Daisy? Da war Daisy schon Abgang? Nee, runter ist er gegangen. Wunderbar, dem Dalu hinterher. Dalu weiß, wo es lang geht. Wir sollten uns eh darauf einigen Dalu zu folgen, so als Trapper, damit wir auch schön zusammen bleiben. Ja, Dalu ist eh der Experte in dem Spiel, haben wir schon festgestellt. Ja, Maggie ist leider nicht der beste Trapper. Der hat auch schon über 200 Stunden in dem Scheißspiel. Das ist, weil er keine Hobbys hat. Das ist, weil er keine Hobbys hat. Also, das ist ja kein Scheißspiel, aber das ist... Hinten, links. Das werden wir jetzt feststellen, wie es ist. Heute am Release-Tag. Die Server laufen auf jeden Fall stabil bisher. Stimmt. Schon mal ein gutes Zeichen. Boah, ist der Indian Soundcard wieder in Lauf bei mir. Das geht ja nicht. Hast du mit Daisy? Aaaaah. Diesmal den großen Buff kaputt. Daisy jagt noch Zombies. Nice. Mitnehmen. So, jetzt haben wir nen Buff. Go go. Jawoll. Das ist ganz praktisch. Ich hab nebenbei mal den Sound eingestellt, der war viel zu laut, Digga. Aber macht ihr denn da? Schaden erlitten. Ja, wir jagen Monster, aber die ist falsche. Typen, Mann! Können wir jetzt mal richtig weiterlaufen? Sprunghöhe um 400% verbessert. Jetzt kann ich noch krasser springen. Ich hatte eh schon 200% Boost von Anfang an. Wir müssen jetzt mal irgendwas tun. Ja, wir können jetzt nicht die ganze Zeit über im Kreis rumlaufen. Verzeihet euch am Anfang kurz. Er hat sich bis jetzt extra Mühe gemacht, keine Vögel aufzuschränken. Naja, es wird gefährlich. Ich glaub, die erste Wunde verlieren wir. Da! Au! Mich hat irgendwas angegriffen! Nein, ich will nicht sterben! Man muss ihm helfen, sonst schafft er es nicht. Ben frei. Danke, wer auch immer das war. Ich weiß nicht. Ich glaub, ich hab mich selber befreit. Go go, jetzt hinterher. Da du rennt. Da du rennt. Leute, ich bin ein alter Mann. Du musst ihn abfangen. Auf der anderen Seite. Er ist wieder rausgegangen hinten. Aber wir wissen ungefähr, wo er ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Immer mit der Ruhe. Ich bin immer noch ein alter Mann. Ich will das nur mal betonen. Okay. Hast du schon mehrfach betont eigentlich. Ja, ich bin ein alter Mann. Ich darf ja nicht reden, wo ich bin. Da oben war der. Ja. Nee, du solltest unbedingt sagen, wo du bist. Gib eine genaue Platzanweisung. Kommentier mal. So richtig gut. Sag mal, wo wir sind jetzt. Sag mal, was für schöne Bäume wachsen. Oder was für nette Tiere da draußen. Oder wie im Wasser zu sehen ist. Weil ich bin ja im Wasser. Ja, läuft bei dir. Aber äh. Loch Ness. Hast du gesehen, Bram? Nee, aber siehst du ja die Vögel? Die jetzt gerade nochmal aufgeschreckt wurden. Da oben sind Vögel. Wo rennst du hin? Drache, bleib hier. Okay. Komm zurück. Da, Leute. Da. Ja. Geht mal, was ich gefunden hab. Schaut hin. Oh. Oh. Ah, wir haben das Monster gefunden. Sehr schön. Da ist ein Monster. Herrmann, hab ich's getroffen? Rechtsrum. Ich bin auf dem Weg. Siehst du? Das war eine Abkürzung, die ich genommen hab, Bram. Ja, ich hab... Schau. Daher. Werft deinen Blick auf das Kontaktesplay. Keine Falsche umsehen. Es geht doch nicht weg. Wo ist das? Oben. Oh, ich bin durch's Leben. Hinterher, hinterher. So normal, dass ich einen Daunt die Maus sehe? Ja. Die Sendung mit der Maus. Ernsthaft? Das ist der Daunt meine Maus zeigend? Nee, also eigentlich ist das nicht normal, also ich seh's nicht bei mir. Der tutel Daisy. Haben wir's? Der tutel Daisy. Nein, würde ich niemals tun, ich würde Daisy nix tun. Du bleibst erstmal hier, Minias. Nein, nein, nein. Oh shit, okay, dann gehen wir mal. Du kannst reinlaufen. Ah ja, stimmt, man kann reinlaufen. Ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte ja immer mal die Alphermann weg. Wieso hat man eigentlich nur eine Fähigkeit am Anfang, weil mein Level noch zu niedrig ist, oder was? Ja. Dann kannst du nicht skillen. Jaja, das weiß ich, aber es geht ja darum, warum ich am Anfang nur eine Fähigkeit habe. Aber das war Stufe 1, das ist gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Also haben ja die, die später das Monster spielen, nen Vorteil. Oder ne, das ist mein Level das Monster. Das ist mein Level das Monster nicht, das muss man ja jedes Mal neu devlen. Ja, Maräse hier ein bisschen heilen. Alter, aua, der hat mich geschlagen. Ah, andere Waffe, die Waffe will ich, genau. Die Waffe macht ja auch ordentlich Schaden, muss ich nochmal hinkommen. Oh, er fackelt hier ein bisschen rum. Er fackelt nicht lange. Wir haben den perfekten ersten Buff geholt. Oh, 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 oh. Ja, was war das? 95% Damage Reduce von dir. Nein! Reduce! Mich hat schon wieder irgendein anderes Viech gefressen. Ich bin da so begabt, ey, unglaublich. Scheiße. Verdammt. Ich war an der Seite der Arena und irgendein anderes Viech kam rein, hab mich einmal gebissen und weggeleicht. Aber ihr packt das, ich glaub an euch. Ich seh jetzt gerade Mr. Moorgame. Der hier gerade voll drauf hält. Au, 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 au. Der will gerade Mr. Moorgame killen, ja. Aber da glaub ich keine Chance, weißt du? Ja, doch, den kriegt ihr, den kriegt ihr, den kriegt ihr. Jawohl, jawohl, den kriegt ihr. Ja, der war... Ähm, Moorgame bleibt! Easy! Ganz easy! Wir haben einfach fertig gemacht. Was, hat jemand ein Bier? Die fangen schon an zu saufen. So schnell hier. So schnell. Auf geht's, Schätzchen. Also stand da unten. Wir haben ihn einfach vernichtet. Absolut. Ja, fünf Minuten, gutes Spiel. Mal ab, wenn sie davon nicht gestorben sind. Jawohl, dann gucken wir uns auch noch schön die Achievements an, die wir jetzt kriegen. Flitzgewehr wurde aufgelämmert. Ja, wie ist das, machen wir jetzt noch eine Runde? Weil acht Minuten, oder? Ja, auf jeden Fall noch weiter, oder? Ja, sicher. Eine geht noch. Ich würd sagen, gleiche Kombination, oder? Weil gleiche Folge. Ja, ja. Sollten wir, sollten wir genau. Achso, ja, gut, dann machen wir es weiter. Geht es überhaupt, dass es automatisch gleich die... Das geht. Leute bleiben, okay. Geht alles. Das geht. Oben siehst du ja die Zeit, die abläuft. Ja, das seh ich. 18 Sekunden. So, Team Bonus-Schaden. Jetzt geil, die Karte. Können wir jetzt noch mal kurz gucken. Die ist auch immer richtig fett. Wie man gelaufen ist, gell? Ja, genau. Wenn alle auch breit gedrückt haben jetzt endlich. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch? Ich seh bereit, aber ich kann nicht drücken. Ah, jetzt. Ist abgeflit, sorry. Was fällt dir nur ein? Ne, jetzt waren wir zu langsam. Egal. Gleiche, gleiche, gleiche. Ne, jetzt kommt die Karte, genau. Jetzt kommt die Karte, genau. Cool. Wie wir am Anfang voll scheiße gelaufen sind, Alter. Wir haben den Buff geholt. Ja. Das lag nur im Buff. Ah, schade. Wie wir ihn dann fertig gemacht haben. Da ist der Mobkreis dann. Da war der Mobkreis. Also ich kann mich erinnern, in der ersten Beta Alpha, was halt zum ersten Public war, da war es so, dass wir mit einem gegen einen gespielt haben, der konnte das mit dem Schleichen recht gut. Das haben die Leute erst ziemlich spät gerafft und der hat dich nur an der Nase rumgeführt. Echt? Also nicht so wie ich. Das Gegenteil von mir jetzt. Okay. Okay. Du hast eher so Aggression gespielt. Also es war so, dass ich am Anfang dachte, man müsste Steuerung halten. Aber das ist so wie bei CS, das Sprinten oder bei anderen Spielen. Einmal tippen und dann macht er so ganz langsam. Ah, guter Tipp. Danke. Wie kannst du denn jetzt bitte deinen zukünftigen Feind verraten, wie man spielt? Ich bin ein fairer Spieler. Ich muss nicht gewinnen. Solche Leute braucht man. Da geht's um Spielspaß, gell? Ja, gewinnen ist Spielspaß. Gewinnen ist Spielspaß. Was ist da los? Also jetzt bin ich's nicht. Nee, Drachenbüschel. Ich hab mal meinen Monster ausgeblendet für meine Zuschauer. Vielleicht mal von der IDE-Platte runter auf die SATA-Platte. Oder von der externen USB 2.0-Platte. Ja, so funktioniert's ja prima. Bei wem lädt's jetzt? Bei mir, ja. Ja, sagst du doch bei Drachenbüschel. Aber ich will doch nicht, das liegt am Monster. Das sind billige Ausreden und Darlok hat schon recht früh erkannt, wie ich finde. Es liegt am Monster, oder? Ja, ich bin doch das Monster. Sollen wir nicht einfach hier kurz einen Cut machen und wenn's gleich weitergeht, geht's gleich weiter? So, da sind wir wieder zurück. Nach einer kleinen Ladepause sind wir hier in der nächsten Runde von Evolve. Und ich wähle mal schnell den Goliath. Ich find's voll geil, wie du voll die geile Aufnahmestimme hast und das du betonst während des Intros so, hallo, weißt du, du gehst halt richtig, legst richtig Kraft in die Stimme. Und gleich beim Zocken... Ah nein, Mama, hallo, helf mir! So ist der Junge! So ist er. So ist er. Ich bleib mich an. Jägerte! Der Monster rett mich daher, was soll ich denn nur machen? Es steht hier, es ist sinnvoll als Monster am Anfang der Runde zu schleichen. Das hat bei mir nicht gewirkt. Okay. Nein, nicht wirklich. Du hast am Anfang ja auch nicht geschlichen, wir haben doch seine Fußabdrücke direkt gesehen. Was? Echt? Ja. Okay, dann hab ich zu Spätstauern gedrückt. Hör so schleichende Leute. Ja, ist voll lame. So Schleichschulter und so auf alle Scheißspiele. Alle. Ausnahmslos. Alle. Ah, Ladebalken. Boah, und Spaß, man muss echt sagen, Laden im Spiel ist schon... Ja, aber das hat auch mit Drachenburschen zu tun. Was soll denn das wieder heißen? Das Problem ist irgendwie Fraps, also wenn ich mit Fraps die Aufnahme stoppe, dann geht der Ladebalken sofort nach rüber. Dann ist kein Problem, dann geht alles. Aber... Das war bei der Alpha übrigens nicht. Bei der Alpha ist das Problem los. Da hilft es, weißt du, nicht mit einem Programm aufzunehmen, was das letzte Mal gepatcht wurde, im Jahr 2004. Ja, natürlich. Das ist der Trick. Ja, DxToy ging ja auch nicht bei dem Spiel. Das ging ja gar nicht. Das hackt doch hart, das Programm. DxToy ist super. Das macht alles asynchron. Bei mir macht das nichts asynchron. Bei mir macht das auch alles asynchron. Ich weiß nicht wieso. Da mangelt der Skill. Jetzt gehts los hier. Dahinten ist er schon. Ja, wir können dich sehen. Was? Wir stehen hinter dir. Wir stehen hinter dir. Fangt ihn! Schießt auf ihn! Schießt auf ihn! Macht den Dome auf! Ich hab Angst, hört auf! Alter, wir sind Anderse Dome, Leute! Oh, der war schlecht. Eigentlich geht die Serie um Evolve, oder? So, jetzt machen wir das. Der Anderse Dome ist eigentlich eine Evolve-Einspielung. Oh geil. Ist mein Mauszeiger auch in Game. Ist alles nur von Evolve geklaut, bei der Serie. Egal, mit dem Mauszeiger müsst ihr zwar kurz leben. Den kann ich jetzt grad nicht ändern. Was ist ein Mauszeiger? Achso, im Spiel sieht man Mauszeiger. Immerhin das Problem hab ich nicht. So, Dalu rennt schon wieder. Dalu, tipp dir Schild! Schießt auf ihn! Was? Du sollst auf ihn schießen? Scheiß auf ihn! Scheiß auf ihn! Da hinten! Go, go, go! Rampelt wieder an! Rampelt wieder an! Rampelt wieder am sterben! Alles cool! Alles cool? Alles cool! Fahren wir hin! Ja, der war doch nicht! Doch doch! Aber, er hat noch Rüstung! Habt ihr nicht getroffen? Ab in die Arena, mein Freund! Ist er drinnen? Ja! Nein, ist er nicht! Er ist draußen! Rennt raus! Da ist er! Da ist er! Da ist er da unten! Die Sau! Ne, das ist der andere! Ne, das ist der andere! Nimm Daisy! Daisy ist es! Das kleine Viech! Das kleine Viech! Genau Daisy ist das Viech! Der hat sich getarnt! Er hat sich als Daisy getarnt! Das kleine Strike! Danke für die Warnung! Ja, der ist zu krass! Ich finde den zu krass! Der Strike ist zu dumm, ja! Das stimmt! Go, go, go! Wir brauchen Damage! Aaaaah! Damage! Damage ist auf dem Weg! So! Da ist er! Nicht abhauen! Komm zurück! Hä? Wo bin er hin? Baue Energie! Baue Energie! Warte! Ich hole mir nur das andere Masse! Komm mal mit! Kumpel, helf mir mal! Der hilft nicht mehr! Falsches Viech! Waffe mitnehmen! Jetzt habe ich für euch den noch gekillt! Ich ess mal kurz was! Der darf ich nicht essen! Ich mach kurz ne Pause! Der wird nicht vergessen! Der wird gestorben! Erstmal Snickers! Eier mit Speck! Achso ist nicht ganz, aber... Speck! Ja Speck! Guck jetzt! Speck getzimt Mr. Moorgame! Du musst dich nur von der Gruppe lösen! Mach doch mal! Genau! Wo ist er? Da ist er! Immer da wo das Feuer hingeht! Immer da wo die Blitze hingehen! Ich bin der Imperator! Boah! Ich könnte mal ein bisschen... Da sind wir diese komischen Pflanzen oder? Ei auf! Daneben gesprungen! Der macht mich gleich! Oh! Nice! Nice! Der war perfekt! Der war geil! Jawoll! Jawoll! Ich hab überlebt! Ich hab überlebt! Achja! Hab ich gern gemacht Leute! Kein Problem! Also gut gemacht! Jetzt seht ihr auf jeden Fall wie man... Also so habt ihr gesehen als Monster spielt man so nicht! So nicht! Das ist das Schöne! Ich muss zugeben ich hab auch ne... In den Testrunden hab ich wirklich nur den Sunny gespielt! Okay! Also die anderen Klassen kenn ich nicht wirklich! Ich auch nicht! Ich kannte keine! Ja! Learning by doing! Absolut! Also ich hab die Alpha gespielt! Daher kenn ich's zumindest ein bisschen! Aber ist auch schon wieder ein bisschen länger her! Wann? Das war noch letztes Jahr oder? Ja ja das war noch letztes Jahr! Ja letztes Jahr! Kurz nach der Gamescom meine ich! Oder vor! Hat aber Spaß gemacht damals schon! Ja nach der Gamescom! Ja! Leute ich fand's geil! Das ist absolut! Absolut! Hat definitiv viel Spaß gemacht ja! Das war die erste Runde von Evolve! Als Monster habt ihr gesehen wie es denn erstmal nicht geht! Also ohne Übung solltet ihr nicht in den Kampf ziehen! Wir sehen aber in den nächsten Folgen auf jeden Fall wie es noch von den anderen gemeistert wird das Monster! Und ich bin mir sicher dass Mr. Morgame da auch einiges zu zeigen hat! Ahhhh! Wenn's euch gefallen hat lasst uns doch einen Daumen nach oben da! Die einzelnen Kanäle der Mitspieler gibt's wie immer unten in der Beschreibung! Wir sehen uns zum nächsten Teil von Evolve wieder! Macht's gut bis dahin! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020